Ich befürchte, ich bin wach. Blick auf eine Bierflasche, in der zwei Kippen schwimmen, und ein Käfer. Brutalkopfschmerz. Auf dem Heizungsrohr ein Pelz aus Staub. Extrem Brechreiz. Da außen knallt's. Schließe die Augen. Es knallt nochmal. Was für ein beschissener Anfang. Vielleicht eine Schießerei. Irgendeine arme Sau, die angeschossen auf der Straße liegt und dringend meine Hilfe braucht. Zehntausend Meter über mir das Fensterbrett. Mit letzter Kraft zerrt sich der Held zum Gipfel. Zugspitze. Aber enttäuschende Aussicht. Der Papierkorb vom Brötchenladen des Rassisten qualmt. Zwei Türkenjungen hüpfen drumherum. Jetzt stürmt der Brötchenladen Heini raus. Er brüllt. Er droht mit einem Baseballschläger. Die Jungs rennen lachend Richtung Reeperbahn. Wie spät wird es wohl sein? Egal. Aber schön, wie jetzt überm Dach des Nachbarhauses etwas Grünes explodiert und Funken auf die schleimigen Ziegel regnen wie Blütenblätter. Der Himmel ist wie immer grau, wie wahrscheinlich auch der gummiartige Rachenrotz, den ich jetzt gerne irgendwo hinspucken würde. Mach ich aber nicht. Heute wird geschluckt. Heute ist die letzte Nacht. Heute noch und dann ist's aus. Sinke zurück aufs Bett. Werde einfach liegen bleiben, liegen bleiben und abwarten. Irgendwann wird irgendwer kommen und mich irgendwo hinbringen. Wenn sie mich dann verscharren, irgendwo hinter dem Komposthaufen bei den armen Gräbern. Und wenn sie dann noch einen alten Grabstein finden, vielleicht eine zerbrochene Gehwegplatte, dann mögen sie bitte folgendes hineinmeißeln oder draufkritzeln. Hier liegt Oskar Frobel, 23. Er hat's versucht. Schreck, neben mir bewegt sich was. Ziehe vorsichtig die Gehwegplatte, als ihr auch. Ziehe vorsichtig die hier in der Abente. Sie werden in den ersten Tränen drinnen und in den Komposthaufen die Vielen Dank.